Musik 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 Okay, der Typ läuft einfach nur... Ah, gut. Moment. Ich ahne, glaube ich, schon, wie die sich hier bewegen. Okay, das sieht aus wie Feuer, oder? Das hier ist Erde, würde ich sagen. Hier muss ich rein. So. Wasser. Und das wird dann Luft sein. Warum sie Luft grau gemacht haben? Na, okay. Ah, halt wolkenfarbig, ne? So ein bisschen. Ich bleibe jetzt einfach mal hier und, äh, warte, bis die Deppen wiederkommen. Und dann knüpple ich mal... Obwohl, warum mache ich eigentlich das bei dem Wasserturm? Ich brauche doch hier den Erdturm. So. Gehen wir mal hier hin. Los. Oh, das dauert mir zu lange. Tut mir leid. Hier brennt natürlich noch was. War klar. Oh, es ist hier schön dunkel. Und wir können wieder was riskieren. Ach, ist dein Ernst? Muss ich ja hier nochmal... Ja, mach mir die Tür vor der Nase zu. Oder mach dir selbst die Tür vor der Nase zu. Sehr gut. Moment. Waren das nochmal? Konnte man... Ich glaube, die Türen gehen hier von selbst wieder zu. Das macht mir ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt nicht abrutschen, Garrett. Da kommt noch einer. Den hinten knüpple ich zuerst. Aua. So. Ja, ja, ja. La, 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 la. Schmeiß mal die mal darunter. Weil sie mich so genervt haben. Haben sie es nicht besser verdient. Mann, Mann, Mann. Da war ich gerade wieder etwas leise, ihr habt es gemerkt. Aber man muss ja nicht ständig labern, oder? Man muss ja nicht ständig labern. Das ist irgendwie so ein Druck, unter dem sich die Let's Player setzen. Ständig, wirklich ständig in jeder Situation zu labern. Das wird doch mit der Zeit ein bisschen viel, oder? Manchmal kann man das Spiel einfach nur auf sich wirken lassen, finde ich. Das hat doch auch mal was. Gerade in so einem spannenden Moment wie jetzt. So, ich hoffe, da hinten komme ich auch wieder raus. Was geht hier ab? Was läuft? Okay. Da hinten ist der einzige Zugang. Hm, die Tür geht nicht auf. Awesome. Awesome, das ist wirklich... Oh oh, ich habe eine schlimme Vorahnung. Ich hoffe, diese Tür geht... Ja, okay. Ich dachte schon, die Tür geht nicht mehr auf. So, also in den Erdturm komme ich schon mal nicht rein. Das war irgendwie klar. Irgendwie war mir das klar. Vielleicht kann ich auch noch weiter nach oben gehen. Gucken wir mal erst mal ganz nach oben. Was ist denn da? Weil oben im Turm soll es ja acht alte Männer geben. Und wenn man wegguckt oder so, kriegt man ja seinen Lohn. Seltsam, aber so steht es geschrieben. So. Warum hat... Ach, Mann. Warum passen diese tollen Schlüssel eigentlich nie? Aha, das ist interessant. Hä? Kann ich die aufschließen? Na ganz toll. Ach, ich muss hier mal kratzen. So. Ich weiß auch nicht mehr, wie das hier war alles, ey. So lange her. Es ist einfach so lange her. Komm, hau-Taktik jetzt hier. Keine Zeit. Keine Zeit für Heiterkeit. Was geht mit euch? Es ist aber nur einer. Ich mach gar kein Geräusch. Was hältst du davon? Was ist denn der andere jetzt? Komm schon raus. Warum sucht er mich denn? Okay. Er sucht mich nicht mehr. Ergib dich! Hä? 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 Was? 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 Oh nein, hier komm ich nicht raus, ne? Ich hab keine Blitzbomben mehr, oder? Kann das sein? Nein, verdammte Scheiße. Aua, aua, aua. Hör doch auf, hör doch auf, hör doch auf. Wo ist mein Heiltrank? Och, dieses blöde Auswehren mit diesem Rad. Das ist so ätzend. Doch, kann ich. Man lasst mich doch in Frieden, ey. Verdammt. Das lief nicht so, wie ich mir das gedacht hab, gerade. Was wird denn das? Jetzt suchen die mich hier, ey. Ja, die scheiß allwissende KI, ey. Das kann doch nicht sein. Alter, was ist das denn hier? Was... Der war schon aggro, bevor ich irgendwas gemacht hab, der eine. Geht weg. Auch noch hier auf diesem Marmorboden. Da kann man sich nicht mal anschleichen. Ach, guckt mal, da ist so ein komisches Ding da oben an der Tür. Jetzt seh ich das erst mal. Könnt ihr euch jetzt bitte mal beruhigen, Freunde? Ich finde dich schon noch. Die beruhigen sich auch nicht, kann das sein? Seid so behindert. Mach nur ein winziges Geräusch. Mann, jetzt krieg dich doch mal ein, ey. Junge, das ist wirklich... Das ist doch nicht normal, ey. Wirklich. Da ist er. Ja, mal gucken, wie lange das dauert, bis der sich beruhigt. Okay. Hä? Ups. Schlecht, 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 ganz schlecht. Ähm, hallo? Hallo? Hau ab! Ja, aber... Sag mal... Das ist doch nicht normal, oder? Also mal ganz ehrlich. Sind die wirklich so penetrant gewesen in dem Level? Das kann ja nicht sein. Ups. Ich dachte schon, er hat mich nicht gesehen, aber leider hat er mich gesehen. Du hast es so gewollt. Ist eigentlich dein Kollege? Ja. Ja, wo ist er hin? Gute Frage. Ne, Leute, ey, wo ist dein Kumpel hin, frage ich mich. Das würde mich viel brennender interessieren. Also für diese Türme brauche ich anscheinend diese... Also für dieses Malzahmen Schlüssel. Aber wo kriege ich die denn jetzt her? Wo kriege ich die denn jetzt her? Das wird wieder eine Stundenaktion, glaube ich. Ich guck mal hier rein jetzt Das hab ich eh, glaub ich, schon verkackt, quasi Ja, hab ich Mach zu! Man, Garrett Verdammt, hätte ich mal gewartet an den Türen Okay, versuchen wir das mal anders Ich warte jetzt hier Bis die hier reingekommen sind, dann wieder rausgehen Und dann laufe ich dem einfach der und prügel die So, der dreht sich jetzt um Der andere, der hinter ihm läuft Dreht sich auch um Warum drehen die sich denn, ha! Warum hat er sich Das verstehe ich nicht, das hatte ich auch schon mal gehabt hier Dass die sich dann einfach umgedreht haben, einfach so Also die Hältsten sind sie ja echt nicht, muss man mal sagen Ich schlepp den mal hier hin Ich glaub, hier beim Erdturm Hab ich ja schon alles gesäubert Wenn mich nicht alles täuscht Ne? Halt dich doch Ich weiß es nicht mehr Schon wieder vergessen, ey Haben die mich denn jetzt eigentlich Bei welchem Turm war das denn jetzt? Verdammt, hätte ich mir mal merken sollen Wo ich den jetzt auf dem Leim gegangen bin Weiß es nicht mehr Komm da in die Ecke jetzt Verdammt nochmal, verdammt nochmal, ey Ja, 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 so ist das Schauen wir mal, ob wir da noch Ne So, wo war das denn jetzt? War das beim Feuerturm? Ah, okay Oh, puh, das war knapp Habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr das gesehen Das war richtig knapp Der hat sich beinahe umgedreht Der kleine Sack Ja, jetzt wird's richtig gefährlich Hätte ich mir mal den einen Safe State Lieber nochmal aufgehoben Das wär jetzt echt geiles Speichern irgendwie Das wär jetzt nicht verkehrt Hier zu speichern Dann legen wir den da hin Ja, schön mit dem Kopf durch die Wand Immer mit dem Kopf durch die Wand Ich geh jetzt erstmal hier in den Feuer Bereich Noch ne Tür da hinten, ganz toll Könnte es denn sein, dass man hier fehlt Die Tür irgendwie so'n verdammten Schlüssel braucht Dann kann es auch sein Dass ich hier vielleicht noch gar nicht hin muss Weil mir noch was fehlt Oder komm ich vielleicht einfach so In einen von diesen beiden Türmen rein Von oben Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Was ist es nicht Emil Das war er en Was ist mom bachelor me